Also den Charakter, den du jetzt hast, oder was? Ja. Ja, dann wechsel den mal. Und du mit dem, wenn du mit dem rumrennst und nicht in der Krankenstation ist, dann die schlechte. Hey, grüß dich Vertical. Mein moin, muss jetzt zur Arbeit, aber ich will doch noch kurz Hi sagen. Hallöchen. Hallo. Guten Start in den Tag wünsche ich dir, mein. So, Krankenstation. Ja, toll. Wir brauchen aber, um eine Seuche herzustellen, Medizin, Nina, Medizin. Guck mal bitte im Stream. Ja, ich sehe es, eine zappelnde Hand. Wir müssen schnell weiter, Nina. Ja, warte, ich muss mich ausrüsten hier. Ja, ich gehe schon mal los. Ja, geh. Tschüss. Du brauchst zu lang. Ja, sorry. Ja, aber der stirbt dann, der Charakter. Und wechsel den Charakter. Lass ihn auch da, ja? Ja, der stirbt schon nicht, wenn ich ihn spiele. Äh, wenn ich ihn nicht spiele. Doch, natürlich. Hey, nice. Der Joseph war einfach unterwegs und hat Sachen gebracht. Munition und alles Mögliche. So, weiter geht's. Alter, pissig. Hier hast du das Auto kaputt gemacht. Hallo? Worum fährst du nicht? Ich fahr' die ganze Zeit. Die siehst du mit dir im Stream. Ja. Oh, da ist ein großer. Ah, jetzt hast du ja. Danke für den Bilzmann. Danke dir, Wörtiger. Okay. Müsstest du eigentlich selber, wenn ich fahre, müsstest du eigentlich ein bisschen auf die Map schauen, wo wir hin könnten. Und wir dann sagen, wo wir noch nicht waren. Hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Wollen wir schnell rein da. Waren wir hier nicht davor? Weiß ich nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Aber sehr, 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 sehr schnell. Noch scheiß Medizin suchen, Alter. Dass wir immer noch nichts gefunden haben. Hm. Scheiße. Ja, wir haben jetzt null. Wenn wir jetzt nicht klar was finden, ist vorbei. Hey, ich hab's gefunden. Medizinvorräte? Set mit medischen Werkzeugen. Perfekt. Gleich zurück zu Base-Domand. Pack's ins Auto, fahr zurück, tu's rein. Ich suche hier noch ein bisschen schnell. Cool. Hier ist auch noch was, was du durchsuchen kannst. Ja, hier kannst du auch durchsuchen. Ja, komm, dann fahren wir zusammen zurück. Und dann machen wir zusammen weiter hier. Komm. Aber schnell. Let's go. Wo ist das Auto? Ja, mit dem Auto kann man auch fahren, mit dem Kleinen. Ja, das ist cool. Hat halt nicht viel Platz, aber... Komm. Du brauchst wahrscheinlich denn weniger Benzin. So, fährst du dann mit dem hier? Hm, jo. Das Spiel ist gerade mega verpackt. Ich merk's. Perfst du jetzt? Ja. Okay. Die Medizinsachen hast du dabei, ja? Ja. Ah, du bist falsch abgebogen. Aber okay. Lachst du mich gerade aus? Nö. Oh, du Fotze. Das Auto hier raucht und pfeift, das muss man unbedingt reparieren. Habe ich kein Toolkit dabei? Doch, habe ich sogar. Ja, kann ich da mal hin? Alter! Tschau, Warticle. Nies halt noch lauter. Du hast mich gerade das Hirn rausgeniesst. Alter, war das laut. Mach schnell, lass ins Lager. Komm, let's go. Medizin ins Lager. Wo? Da hinten. Hier, Lager verwalten, da. Ich seh das nicht. Dann dropp das auf den Boden. Dann mach ich das schnell. Wenn du das nicht siehst. Ich seh es gerade echt, dass du es nicht siehst. Und dropp mal in die Medizin. Äh, what? Den Rucksack wollte ich nicht droppen. Ah doch, das ist das Richtige. Sorry. Ja, Gott sei Dank. Aber wir haben halt trotzdem nur drei. Wir brauchen noch mehr. Also können wir gleich wieder weitergehen. Ja, soll ich die eine da heilen? Nee. Ja, doch. Mach mal. Mach mal. Oh, wo ist denn die? Da ist aber keine Behandlung benötigt für niemanden. Alle sind okay? Ah, du darfst den Charakter nicht auswählen, Nina. Oh. Nimm einen anderen Charakter. Äh, ich muss die unbedingt heilen. Die hat eine Verletzung. Wie kann ich das jetzt hier machen? Die haben alle keine Behandlung nötig. Ja. Ja, wie soll ich dir jetzt heulen, bitte? Ich hab keine Ahnung. Guck mal bitte im Stream. Ja, den muss schlafen, dein Charakter. Das ist alles. Du musst den Charakter einfach nur schlafen lassen. Bei den Betten. Wo sind die denn? Oben. Ja, ich glaub oben. Ne, hier sind die Betten, schau. Und dann hier, lass jemand anders übernehmen. Wechsel zum Allüberleben in der Gemeinschaft, damit diese Gesundheit, der den Kanäuten sich von Mühlen und Traum erholen kann. Dann musst du diesen Charakter halt hier dann lassen. Nicht nur tauschen. Ja, aber ich kann die Betten nicht benutzen. Ach, keine Ahnung. Ja, was soll ich denn jetzt tun, bitte? Einen Charakter wechseln. Ja, aber die heilt sich ja nicht. Ja, vielleicht heilt sie sie mit der Zeit. Nee, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Dann... Ja, super. Ich stelle mir noch ein bisschen Munition her. Ja. Okay. Ich würde aber gerne mit ihr wieder spielen, weil sie mein stärkster Charakter hier ist. Ja, also meiner hat sich komplett geheilt, wenn er einfach schläft. Haben wir keine 22er, Muni? Müssten wir eigentlich. Nee, haben wir nicht. Ja, keine Muni haben wir auch. Also kurz bis hin. Last Mag. Let's make these shots count. Hm. Okay. Du musst irgendwas mit diesem Wasserkühler machen. Ja, mache ich jetzt, habe ich. So, lass mal weiter, ich brauche unbedingt Munition. Haben wir doch hier haufenweise. Wo denn? Ja, in der Base. Ich sehe davon nichts. Na, was habe ich jetzt eigentlich hier mit, ah, was brauchst du denn du für Muni? 22. Warum nimmst du nicht eine andere Waffe so lange? Für andere Waffen habe ich noch weniger. Hier gibt es doch haufenweise Muni, 9mm gibt es haufenweise, aber wir haben keine 9mm Waffe, ne? Ja. Hier für die PPK kannst du nehmen, hast du 123 Schuss. Hier Stolzflinte hast du 82 Schuss. Hä, warum sehe ich das nicht? Hier unter Waffe, unter Munition musst du gehen bei dem Reiter. Du kannst ja die ganzen Reiter durchgehen, Munition hier und so weiter, alles durcheinander. Aber wenn du so in der ganzen Liste danach suchst, dann findest du gar nichts. Ich seh die gar nicht. Ja, ich seh's, du siehst das gar nicht. Warum? Keine Ahnung. Ähm, dann droppe ich dir das. Warte. Ah, schadete Zombies, wir müssen gar nichts tun. Sehr schön. Also, hast du eine PPK, oder? Mhm. Gut, dann nehme ich dir eine PPK. Mit 30 Schuss reicht. Ja. So, bitteschön. Hier. Und 22er Patron. Okay. Gut, ich nehme noch ein bisschen neuer Munition mit. So, dann habe ich genügend und dann können wir jetzt wieder ein bisschen was suchen. Medikamente halt dringend, ne? Na, lass mal weiter. Ja, Moment. Wir haben jetzt keine Hauptmission mehr, warum das? Alter. Boah, welches Auto nehmen wir denn? Hm, nehmen wir das. Moment, ich will das größte lieber nehmen. Ja, komm mal auf. Ey, hier sind noch Sachen drin, die wir lagern können. Moment. Bring die noch mal rein kurz. Das ist klar. Im Van haben wir noch ein paar Sachen. Nice. Und die Alien sind voll, das heißt, wir könnten eigentlich noch was ausbauen. Was aber gerade noch nicht geht. Aber machen wir dann, wenn wir wieder zurückkommen. Äh, warte mal. Nimm das mal. Siehst du das Lager nicht? Nein. Nein. Ah ja, du siehst es nicht. Oh. In einem Back in den nächsten Back. Okay. Und Munition haben wir noch. Und Munition haben wir noch. Warte mal ganz kurz. Wir warten ganz schnell. Bis das hier voll ist, dann kann ich ein besseres Lager machen, mehr Platz. So. Passt. Weil das dauert immer so ein bisschen, bis das fertig ist. Du spielst übelst für Back. Aber warum jetzt auf einmal? Was hast du? Jetzt sehe ich das Lager. Ja. Ah, geht doch. Für die dauert das halt immer so ein bisschen. So, machen wir noch eine Krankenstation 2 und dann können wir los. Also, welches Auto nehmen wir denn? Das hier. Gut. Ja, aber... Was? Was denn? Was denn? Was ist passiert? Du bist ein bisschen auf... Keine Ahnung. Irgendwas ist hier reingehauen, glaube ich. Ja. Kommst du jetzt? Ja, aber das ist ganz so keines. Okay. Warte mal, das Auto hat zu wenig Benzin, das können wir nicht nehmen. Warum? Weil das kein Benzin hat. Lass jetzt mehr Benzin. Lass jetzt mehr Benzin. Ja. Willst du fahren? Nee. Hallo. Ja, aber selbst. Du bist gar nicht verpackt, also überhaupt nicht. Also... Überhaupt nicht verpackt. Also gar nicht. Was passiert jetzt, wenn ich fahre? Das Spiel ist super. Was passiert denn? Bei dir ist alles normal, ne? Ja. Egal, bei dir alles normal ist, ist gut. Und sag du, wo ich hinfahren soll. Du bist Beifahrer. Ja, sag mir, sag mir, links, rechts, geradeaus. Baumfarm. Hier rechts. Ja, moin. Super. Lass dich bedurigt wieder. Lass dich bedurigt. Du zappelst nicht mehr. Ja, bleib stehen. Ah, hier gibt's ne Aufgabe, schau. Oder? Oder ist das woanders? Wie kann ich mal aus dem Auto aufsteigen? Baue ein Fell, Lazarett. Ja, und wo? Also ab und zu checke ich nicht diese... Hier kannst du Sachen durchsuchen. Ab und zu checke ich nicht diese Sachen hier. Diese Aufgaben. Ja, ich komme. Hallo. Molotow. Nimm die mit. Oh, eine Ressourcen gefunden. Nice. Brauchen wir. Uh, ein Nageleisen. Komm, mitnehmen. Nahkampfwaffen gehen die mal sehr schnell kaputt. Oh, das musst du durchsuchen. Hm, es wäre auch cool, wenn das in First Person gehen würde. Hm. Tüte mit Snacks. In dir. Oh, das war jetzt ein bisschen laut. Elektro-Lasierer. Geil. Hier kannst du Benzin oder sowas für hinten hier außen, wenn du bei der Tür rausgehst. Machete habe ich gefunden. Sehr schön. Wenn du hinten rausgehst, hast du noch was zum Anschauen, einen kleinen Kanister, ja? Hier haben wir noch einen Ort, den wir anschauen können. Hier auch nochmal einen Ort. Dann gehen wir noch hin zu Fuß, oder? Ja? Ah, Benzin habe ich gefunden. Sehr schön. Warte, lass mal noch her. Hier hin. Ja, will ich ja gerade. Wir gucken auch viel zu wenig. Deswegen haben wir auch nichts. Ich glaube, wir sind nur im Gucken die ganze Zeit. Hm, nicht genug. Weil wir mit Bugs beschäftigt sind. Hm. Wow. Alter habe ich mich erschrocken, Alter. Ich habe es gemerkt, du hast den ganzen Tisch weggehauen. Oh, der aus der... Ich habe mich noch nie so erschrocken von dem Scheißspiel. Alter, der ganze Tisch ist wirklich weg, ey. Ich wollte gerade den Tisch umhauen, Alter. Ich fühl es dir. Ich habe es gemerkt. Ich habe mich noch nie so krass erschrocken von dem Spiel. The fuck, ey. Weil ich voll hier drin bin. Alter. Hast du überlebt? Ja. Chillt der da unten. Ja, die sind echt fies. Die liegen einfach irgendwo rum und dann... ...explodieren die. Oh. Oh. Herzinfarkt, Alter. Keine Scheiß. Tüte mit Gummibären. Luxusgegenstand. Nice. Und ich habe wieder ein Tool... Opsala, ey. Hey. Guten Morgen, Roni. Hallöchen, Mann. Hast du gut gepennt? Warte mal, ich muss mal ein paar Sachen im Auto tun. Ja, mach mal. Wo ist das scheiß Auto? Aber nur wichtige Sachen, die schwer sind. Nicht einfach so irgendwas. Ah, immer noch am Stream. Das Spiel macht zu süchtig. Kannst du mal das Auto herbringen? Nein. Warum? Warum denn? Weil ich Sachen reintun muss. Gut, dann lauf hin. Und außerdem tut er nur dicke Sachen rein. Nicht einfach irgendwas. Seid ihr nicht müde? Ne, nicht mal ein bisschen. Wir haben ja... Wir sind ja abends aufgestanden um 18 Uhr oder so. Gestern. Also von dem her... Das ist immer topfit. Ich bin ein bisschen müde. Ihr Auto wird vorgefahren. Miss Nina. Wünschen sie noch ein Champagner dazu? So. Pack mal rein hier. Dann können wir gleich weiter zum hinteren Haus. Weil hier ist sonst nichts mehr. Vollidiot. Warum? Weil du es bist. Dankeschön. Ja, was... Was tust du denn? Ah, du holst noch was. Was hast du denn gefunden? Äh, hier. Wir reparieren. Auto. Äh, warst du schon überall? Ja. Ich aber noch nicht. Willst du aber nichts mehr? Ja, warte. Lass mich gucken. Wollen wir hier noch in dem Haus gucken? Ja. Du hast meine Rolle gerade nicht gesehen, oder? Gut. Oh, der haltet ein bisschen mehr aus. Oh, ich muss einen anderen Charakter... ...nehmen. Die ist müde. Ja. Du hörst dich auch müde an so zwei Stunden. Hey! Pass auf, tut das wieder... Habt ihr das gegessen? Davor mal ne kurze Pause gemacht, ja. Wir finden gerade einfach nur Shit, oder? Hier im Badezimmer kannst du auch noch was versuchen. Oh, ich hab mir erst Hilfekassen gefunden. Ja, geil. Das benutze ich dann für meinen ersten Charakter. Ja. Dann soll man... Reust du dich auf Black Ops 4? Na, 4 nicht so. Mal schauen. Wenn, dann wegen dem Battle-Real-Modus. Aber das ist alles, naja. Wenn der Battle-Real-Modus geil wird, dann schon. Na. Ja. Aber ich freu mich schon lange nicht mehr auf irgendwelche Spiele. Also wenn sie rauskommen und man zockt, dann ist alles okay. Dann kann man sehen, okay, macht das Spiel Bock, macht's nicht Bock. Okay. Gut. Hier sind wir auch durch. Hey, da oben ist ne Kirche. Geil. Wollen wir da noch hin? Jo. Aber warte mal. Wollen wir nicht mit dem Auto? Ja klar mit dem Auto. Uh, warte mal. Da drüben rechts haben wir aber auch nochmal so ein großes Lager. Lass mal da hin. Das sieht besser aus. Das ist so ein großes Komplex oder so. Können wir auch hinfahren. Oh, die ist komplett am Arsch. Echt? Ganz müde? Gib mir mal das Medikid. Warte. Äh, hier. Bist du behindert? Warte mal kurz. Hast du es genommen? Okay, no more of those. Jo. 12.30 Uhr. Ja, das geht schon. Okay. Warte mal. Die ist vergiftet. Wie? Die hat nur noch zwei Stunden. Oi. Ja, da müssen wir das Ding enthalten, ne? Also weiter. Nicht mal rumpimmeln. Let's go. Wohin? Da auch. Genau. Wenn man dann die irgendwie heilt. Aber was hast du denn? Wo steht denn da? Ja, schon im Stream. Ja, jetzt sehe ich es nicht. Warum? Ja, anhalten, anhalten, anhalten. Hat sie die Seuche oder... Was ist los? Ach du Scheiße, sind sie wieder Zombies. Ja, die kämpft auch voll lahm. Ja, was hat sie denn? Keine Ahnung. Danke für die Bistronie. Dankeschön. Ähm. Ja, du hast irgendeine Seuche. Vielleicht musst du dann mit dem Charakter einfach dann schlafen gehen und dann in der Krankenstation Medizin herstellen. Schauen wir dann gleich. Oh, ich habe Verband gefunden. Rasenmeerklingenschwert, das hört sich ja mal geil an, du. Ist das ein Ersatzteil? Die Operatur und so weiter. Okay. Wollen wir schön weitersuchen, was es hier gibt. Gut. So, so, so. So, 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 so. Vielen Dank.